Jo Leute, hier ist alles in der Bayerde und heute zeigt es uns, das war das Video über Chicken Nugget mit Pommes und mit Ketchup. Ihr kennt von BC das bisschen. Und jetzt wird es eigentlich mal Essen anfangen. Ich drück extra auf Likes und auf Dismikes und dann auch Abonnenten in den Kommentaren mal gesagt und dann tschüss.